Die ganze Welt im Griff der Pandemie, keine Kultur, kein Urlaub, sowas gab's noch nie. Wir haben mir das Leben stets genossen, im Bus die Welt gesehen, gefeiert und gelacht. Und die Schulen sind seit langer Zeit geschlossen, und an die Busgesellschaft hat keiner gedacht. Ob Tages- oder Klassenfahrt, der Eins- aus Flüge aller Art, die Fahrt zur Oper oder ins Theater. Corona-Krise hin und her, den Reisebus, den gibt's nicht mehr, weil wir euch in der Krise ganz egal waren. Die Reisebusse stehen still, ganz egal, was jeder gerne will. Probleme haben viele, so auch wir, doch irgendwann wird es auch wieder besser werden. Das Leben und die Freiheit kehren zurück, doch wir brauchen Hilfe, sonst gibt's uns da nicht mehr.